Ich freue mich, Frau Gabler, dass Sie so vernünftig waren und meiner Aufforderung freiwillig nachgekommen sind. Pure Egoismus. Ich will ja meinen Führerschein zurück. Nehmen Sie Tabletten oder sonstige Beruhigungsmittel? Ab und zu eine Schlaftablette, hin und wieder ein Schlückchen Wein und nachts Ohrstöpsel. Welche? Oropax. Wie? Du bist dir aber irgendwie unsicher. Was? Nein, ich bin mir unsicher. Ne, nicht unsicher. Hast du mich deswegen versetzt? Was? Was? Ob du mich deswegen am Flughafen versetzt hast? Was? Nein, ich habe dich angerufen, weil ich wollte, dass du mich abholst. Ja, du hast mich aber eben nicht angerufen. Was ist bitte mit diesem Scheiß-Handy aufhören? Ich komme nach sechs Monaten aus Afrika zurück, nach sechs Monaten harter Arbeit. Und du empfängst mich so. Ja, wie? Ja, keine Ahnung, wie. Entschuldige, das ist Leon. Hi there. Hi. Can I ask you a question? Sure. Wenn du so stark auf den Knast bist, dann mach es doch. Lass mich da raus. Ich bin mir leid. Ich bin mir leid. Untertitelung des ZDF, 2020